Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RoamTour World 2 mit Macadonian. Wir klagen, also in der Hauptstadt gibt es einen Aufstand. Ihr glaubt, dass er von einer anderen politischen Partei angezettelt wurde. Wie reagiert ihr? Ich habe noch nie den niedergeschlagen, aber ich will das mal probieren. Nach Hause zurückgekehrt, das ist gut, ein Nektar. So, Siedlung verloren, genau hier. Aber die gewinnen wir ja gleich wieder dazu. Geben wir mal aggressiv rein. Dann bekommt der hier ein Horsey. Plus 2 auf alle Attribute. Ja. Ne. Hier. Das ist besser. Hier mache ich auch mal Landwirtschaft. Ups. Schon wieder Steam. Aha. Warte, wie... Wieso kann ich den nicht hochleveln? Hä? Wieso muss der Rüstung in der Stufe 2 noch haben und die anderen bekommen Stufe 3? Hä? Ach, jetzt hat... Hier. kavallerie pferdestufe 3 bekommen die und hier nicht hier oben das okay ach genau hier muss ich mal schauen was ich hier mache kompletter kavallerie unterwegs der da auch der nicht hatte ich gehe hier mal durch das muss erstmal passen das muss erstmal passen da wollte ich mir den da hier noch einmal nahrung dann darf der auch schon mal langsam langsam richtung bm gehen hier felleitung minus 6 das ist ein bisschen wenig so das gute ist wenn wir gegen den kämpfen der hat hier keine verstärkung das können wir schnell mal automatisch machen und dann gehen wir wieder zurück damit haben wir ja schon mal ein bisschen einheiten vernichtet das ist schon mal gut genau der kann das nicht erobern du schaust jetzt mal nochmal hier hoch ein bisschen ich vergesse immer die idee vergesse mal die zeit zu stellen weil ich mir das angewöhnt habe beziehungsweise abgewöhnt habe früher hatte ich ja noch keine zwei bildschirme und da habe ich das auch immer mit der stoppuhr gemacht damit ich immer so rund 20 minuten aufnehmen und jetzt ist ja mein bildschirm mein hauptmonitor kaputt gegangen nach einem halben jahr erst also ein bisschen voll panne und genau deswegen muss ich mir jetzt wieder angewöhnt ist ja die in die zeit wieder zu stoppen gut die haben sich immer noch nicht gemeldet ich habe über amazon den gekauft weil da also bei black friday und über die habe ich jetzt eine nachricht an die firma quasi geschickt dass sie jedoch bitte einen ersatz schicken aber okay gestern war feierabend feiertag und heute haben sie auch nicht zurück geschrieben vielleicht morgen weil ja wäre schon blöd wäre schon blöd weil ich habe kein Geld das ist sei er dass das Prozent blöde bei ihm meisterstück war sie wird es ist Prozent wird jedes mal so richtig teuren aber das macht man ja nur einmal zwar gut 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 um um da übrigens er ich habe heute Prozent drei Abonnenten dazu er bekommen oder halten diese Woche herzlich willkommen freut mich voll ich habe ich nicht umsturz kann die sohn ist Prozent egal aufstand aber alle anderen Parteien sind beeindruckt von eurer machtdemonstration okay ich hätte für fünf Runden also der in den aufstand niederzuschlagen war anscheinend die richtige Entscheidung okay ja warum denn nicht jetzt ein level doch mal hoch gleich 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 noch einmal noch einmal jetzt kannst du auch ich verstehe das nicht ich habe ich alleine außerdem ein ach so die die haben hier beide da gehst du mal da rein weil der schnuppert schon so bisschen dann gehst du mal nach da egal das machen wir das spielen also meine armee ist zwar eher für das feld gedacht aber schaffen wir auch so also mit den ganzen also kavallari in der stadt ist halt leicht Prozent in dämlich Prozent okay nun ja dann wenn ich mal so so bleiben m die Schwertkämpfer kommen hier hin die da gehen da hin Paarst Paarst gut m m m m m m so m m die unser General ist auch nicht ganz neu schon mal gut das sind die pekini die EU interessant so aber ich kann auch Sperre werfen ich sagte ich kann auch Sperre werfen oder nicht ich gehe mal hier hin der will keine Sperre werfen jetzt sehr schön wir schauen mal weiter hinzu auf 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 Das war's für heute. die und es wird auch beginnen eine unserer Einrichtung kann nicht erinnern raschen E. R. A. 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 ich hatte nur die Zeit zurückgehen die Konten konnte er dadurch flutschen sehr seltsam das ist ja ultra seltsam eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht das war jetzt ist es wieder ganz in ordnung hier wird er nicht und das habe ich verschlafen natürlich habe ich das verschlafen und er hat ja irgendwie kein schaden gemacht so ihr reitet mal dahin so jetzt gehe ich mal dahin und schön in seinen rücken jawohl genau der ist jetzt auch weg hier geht es ganz gut das ist auch ganz gut da geht es hier hin der geht da hin der geht da hin der geht da hin der geht da hin so jawohl jawohl die männer wanken liebe männer ja das geht das war der Generaldach jetzt auch mal was tun ich habe aus Versehen vorgespult so warte hier wer ist mit euch gut ja der Anfang war ein bisschen holprig aber dann ging schon dann ging es schon und ich weiß nicht was der da macht nein der macht Liegestützen ja da ist der nächste boah jetzt alle volle Kanne rein ja ist ja jetzt ein bisschen fies aber ich find's lustig ja und jetzt ups von der Seite hallo und waren sehr schön ach der Generaldach ja auch noch sehr schön warte ich schau mal ich schau mal kurz was die hier anrichten können A die Fertilien sich überschlagen Krass es gibt jetzt Nahkampfbonus Nahkampfangriff das geht Abwehr und Angriff und Abwehr gut naja knapp was ich finde ich jetzt nicht aber okay ja wie gesagt ja der Anfang war ein bisschen zuhäubrig es hätte besser laufen können aber ja war in Ordnung also guter Gegner der hätte mir noch mehr Prozent abziehen können aber ja das passt das passt das passt super genau du bleibst da ja ja okay komm ähm ich muss äh nochmal schauen was was jetzt genau sein Plan ist geht ja der push also der der holt sich neue das war abzusehen okay dann gehst du mal hier runter ähm gut dann schauen wir mal was die nächste Runde bringt und dann ja war's das mit der Folge schon also Sparta und Rom die kloppen sie ja wie die verrückten hier das finde ich gar nicht so uncool m der zieht jetzt alles nach nach na doch nicht ich dachte jetzt zieht alles nach Süden ab aber aber oder zusammen wäre natürlich auch cool gewesen ne dann wäre es ein bisschen schwerer aber diese nahm ist sich taktig Prozent ist auch ist auch da bitte also wirkt auch die geistert haben Schnee in der Wüste doch nicht ne ne äh jagen für die entdeckt störung doch der wird erwachsen ja wisst ihr was das heißt das heißt Attentat wunderbar ach das freut mich gut äh 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 was will ich hier genau das da so hier der hat mir schon wieder eingeklaut was soll das was man äh 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 so also warte was habe ich verloren wieder ein pikiniere oder ich hatte doch hier du bist doch doof blöd ich schau mal kurz parter jetzt nähere zukunft ist das kein problem der halt noch mal ja nahrung brauche ich jetzt da eigentlich nicht mache ich meine forschungsrate hier brauche ich mal alles aus weil jetzt habe ich nahrung wunderbar gut dann bauebericht eigentlich schafften erhalten autorität ist immer super gut genau du kannst jetzt mal du bleibst genau hier stehen du aktivierst dich du machst du nichts jetzt ist die frage ich könnte hier angreifen aber das wäre nicht historisch also historisch ist er zuerst hier unten die da und dann parter und dann der hat so eine schlaufe gemacht also er hatte also so er hat hier so so eine schlaufe gemacht und hat hier unten das erobert und hier und hier und hier und hier und dann nach in dir und dann zurück und dann tot genau das heißt dass da wenn wir jetzt noch nicht machen noch nicht aber bald so jetzt werden wir mit der in der nächsten runde hier angreifen mit der werden wir pura einnehmen und weißt du was ich werde hier mal hier so eine verteidigungseinheit einfach mal machen der kann eigentlich auch ein paar einheiten nehmen der nimmt mal pikiniere und das war's die beste defensiv einheit die wo es gibt oh gott oh gott ragam die armen bewohner das tut mir voll leid ich habe ein deja vu aber dies und mal werden wir das nicht machen hey ich habe es genau gesehen du hast gar nicht getroffen der der simulierten nur ist doch dafür wirst du befördert bedeutet obwohl das hier nicht große förderer oder keine hochkarätigen armen habt wenn ihr wegen sohn schmarrn befördert was die da werden noch mal interessant immer noch nicht ich ärgere mich eigentlich immer noch dass ich ja pergumann nicht angenommen habe also beziehungsweise dass ich ihn zu meinen klienten gemacht habe und nicht ich bin Prozent vernichtet habe naja nur noch einmal ein big boy ist tot um an Plus Korruption. Ah, der ist besser. Der ist richtig gut. Die Tochter eines Adeligen hat sich als Vermittlerin zwischen dem Adel und dem Gemeindenvolk als hilfreich erwiesen. Ihr könntet sie als Beraterin für derartige Angelegenheiten anheuern. Allerdings gibt es unter den Ratsmitgliedern auch solche, die sie ausdrücklich ablehnen und erfreut werden, wenn sich die Frau aus der Politik heraushalten würden. Wir wären also entweder wichtiger Charakter oder Loyalität für alle politischen Parteien. Wir heulen sie an. Frauenpower. Natürlicher Tode. Was ist los? So, Antat. Das ist gut. Das heißt, äh, okay. Also Politiker sind gestorben, ne? Natürlicher Tode. General. Genau. Politiker. Okay, okay. Gut, das heißt, wir sind schon wieder fertig mit der Runde. Nächste Runde werden wir Hera, Morzia und Pura angreifen und erobern und Regal schon wieder zurückerobern. Äh, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye. Hey, wieso? Hey. So, wegen dir. Gut, bye. Hey. Bis zum nächsten Mal.